Jetzt sind doch tatsächlich schon wieder ein paar Wochen seit meinem letzten Video zur DPVRE4 vergangen und ich habe neue Eindrücke hinzugewonnen. Außerdem gab es ein paar Fragen über die Kommentare. Auf all das möchte ich mit diesem Video hier eingehen. Herzlich willkommen auf AndianaTV. Schön, dass du da bist. Erster Punkt. Die Entwickler liefern sowohl für die Hardware als auch für die Software regelmäßige Updates. Und so gab es zufällig in der Woche, als ich diese Aufnahmen hier machte, für die App ein Software-Update auf die Version 4.1.8.1.7. Im oberen Bereich seht ihr, welche Version ihr aktuell verwendet. In meinem Fall ist es die 7.25 und unten findet ihr dann eine Beschreibung auf Deutsch, welche Details und welche Änderungen mit der neuen Version kommen. Nachdem man sich einen Überblick verschafft hat, klickt man oben auf Jetzt aktualisieren und der Installationsvorgang beginnt. Und der läuft im Endeffekt ab wie der erste Installationsvorgang. Das Programm beginnt mit einem Test der PC-Konfiguration und im Anschluss packt ihr das Ganze auf den Installationspfad eurer Wahl. Während des ganzen Vorganges läuft wieder ein Video im Hintergrund, das können wir aber hier abkürzen. Im Anschluss initialisiert sich das System neu und es müssen diverse Voreinstellungen erneut durchgeführt werden, da es auch dafür ein Update gab. So viel zur Software, aber auch die Hardware möchte ein Update erfahren. Auch hier gibt es eine neue Firmware-Version, also aktualisieren wir auch diese. Kleiner Tipp, SteamVR muss dazu geschlossen sein, also das am besten vorab schließen und dann das Firmware-Update durchführen. Hier unterscheidet das Programm dann nochmal zwischen Headset und Controller, also linker und rechter Controller. Im Endeffekt ist hier aber nichts weiter zu tun, als auf den fetten roten Button unten zu drücken, Aktualisierung starten. Das Ganze läuft dann wieder vollautomatisch, können wir an der Stelle auch wieder abkürzen und irgendwann habt ihr die grünen Haken vor den einzelnen Punkten und könnt das Ganze abschließen. Der gesamte Update-Vorgang dauerte bei mir, also sowohl für die App an sich, also die Software, als auch für die Hardware, circa 10 Minuten. Und wenn wir jetzt hier über die einzelnen Punkte drüber fahren mit unserer Maus, dann switcht das Ganze in diese Ansicht um und wir sehen, alles ist auf dem aktuellen Stand. Wenn wir hier jetzt nun einmal in die Einstellungen rüber wechseln und auf den Punkt Über gehen, dann finden wir hier einen Link namens Veröffentlichungshinweise und dieser führt uns auf die Homepage des Herstellers. Dort wiederum können wir uns den Unterpunkt Release Notes Anzeigen einmal aufrufen. Und dort erhalten wir dann sämtliche Details zu den Updates, also sowohl für die Hardware als auch für die Software. Und zwar zu allen, die bisher erschienen sind, sämtliche Details, alles wieder auf Deutsch, mit Versionsnummer und so weiter. Und falls es in eurer Konfiguration zu irgendwelchen Problemen kommt, könnt ihr jederzeit auf eine vorherige Version zurückspringen. Im vorherigen Video habe ich Zubehör erwähnt, welches ihr über die Homepage des Herstellers kostenlos anfordern könnt. Zunächst war diese Möglichkeit auf Juli begrenzt, mittlerweile ist dieser Hinweis aber entfernt und es ist wohl dauerhaft möglich, dieses kostenlose Zubehör anzufordern. Und ja, das habe ich natürlich gemacht. Und so seht ihr jetzt hier die kostenlosen In-Ear-Kopfhörer, die ihr bekommt und entsprechend an eurem Headset anschließen könnt. Die Verbindung funktioniert hier über einen 3,5 mm Klinkeanschluss, den ihr an dieser Stelle hier entsprechend einsteckt. Der Sound ist eine bessere Alternative zu den eingebauten Kopfhörern im Headset. Dennoch bietet das im vorherigen Video gezeigte Headset, welches ich nutze, selbstverständlich einen noch besseren Sound. Ebenfalls Teil des kostenlosen Zubehörs sind diese Abstandshalter für die Linsen. Diese sind vor allem für Brillenträger interessant, können ganz easy auf die Linsen in der Brille aufgesteckt werden und verhindern, dass die Gläser eurer Brille, also eurer normalen Brille, mit den Linsen des VR-Headsets in Berührung kommen. Hier seht ihr den direkten Vergleich. Rechts ist der Abstandshalter drauf, links nicht. Und auf der linken Seite lässt sich das Ganze hier auch ganz einfach aufstecken. Ich bin zwar kein Brillenträger, habe das Ganze aber mit einer Sonnenbrille getestet und ja, es funktioniert. Des Weiteren sind im Set des kostenlosen Zubehörs diese Clips auch mit dabei. Insgesamt drei Stück. Mit deren Hilfe könnt ihr das Kabel an eurer Kleidung befestigen. Ein Clip ist ja im Standardlieferumfang bereits mit dabei. Das Ganze sorgt eigentlich schon für eine sehr gute Zugentlastung. Die zusätzlichen Clips helfen dort aber auch nochmal nach. Worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass dieser kostenlose Zubehör in dieser kostenlosen Tasche kam. Diese ist allerdings, und das möchte ich an dieser Stelle deutlich betonen, nicht standardmäßig dabei. Kleiner Tipp, fragt beim Hersteller einfach mal freundlich an per E-Mail. Vielleicht habt ihr eine Möglichkeit, die für einen kleinen Betrag mit dazu zu bekommen. Ein weiterer Punkt, den ich aus den Kommentaren aufgegriffen habe, ist die sogenannte IPD-Einstellung. Diese funktioniert bei der E4 nicht über ein Drehrad an der Brille selbst, sondern ist softwaregesteuert. Wenn man hier auf Start drückt, dann bekommt man eine entsprechende Ansicht. Und hier heißt es dann, schauen Sie bitte auf das grüne Sechseck vor Ihnen, drücken Sie den Joystick des Controllers nach links und rechts, um die Einstellungen vorzunehmen. Der IPD-Wert gibt den Pupillenabstand eurer Augen in Millimetern wieder. Bei mir passt das mit der Einstellung hier standardmäßig 64 Millimetern sehr gut. Da das Ganze aber ja individuell variieren kann, ist es sehr wichtig, dass eine Brille diese Funktion mitbringt, was hier der Fall ist. Und so könnt ihr bei der DPV-RE4 den IPD-Wert entsprechend einstellen, laut den Spezifikationen zwischen 54 und 74 Millimetern. In der Software wird allerdings sogar ein Wert zwischen 50 und 80 Millimetern möglich, also sogar noch ein höherer Millimeterraum als in den Spezifikationen angegeben. Und so ziehe ich weiter durch die virtuellen Welten. Meine Favoriten sind tatsächlich Half-Life Alyx und der Microsoft Flight Simulator. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video hier ein paar ergänzende Eindrücke und Informationen zur DPV-RE4 geben. Falls es weitere Fragen oder Ergänzungen gibt, nutze gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.